Hallo Leute, willkommen wieder zurück zu einem neuen Video. Und heute, während wir ein kleines Interview machen, beginnen wir. Hallo, wie heißen Sie denn? Ich bin Patrick. Hi. Patrick. Ich werde Sie etwas fragen. Wie finden Sie einen Vorteil, wenn man Fahrrad fährt und im Gegenteil? Ja, der Vorteil ist, dass man viel, viel schneller ist als mit den Öffis. Und zu Fuß auch. Das ist der größte Vorteil. Man ist flexibel, man muss nicht immer so eingequetscht sein. Dann kann man frei fahren. Und Nachteil ist, es gibt gerade so viele Polizeikontrollen. Boom! Wir sollen lieber mal die Autofahrer kontrollieren, nicht die Fahrradfahrerinnen. Danke und Tschüss. Tschüss. Hände. Hallo. Wir machen ein Interview über Fahrrad. Sie... Ja. Und ich beginne. Wie heiß? Ich heiße Arne. Ich heiße Arne. Ich heiße Arne. Wie sind die Lachen im Gegenteil bei Fahrrad-Wein? Es gibt Vorteile und Nachteile. Die Vorteile sind... Man macht Sport. Es ist gesund. Und... Weniger Umweltbelastung. Und Abweise. Es gibt auch ein paar Nachteile. Und zwar... Es besteht eine hohe Unfallgefahr. Weil, ähm... Wenn man so dunkle Sachen trägt... Ich weiß nicht, dass es Hände ist, aber auch dunkle Sachen tragen. Und bei Nachtfahrer ist dann leicht passend zum Auto. Ähm... Ungefähr. Es kann sehr leicht sein, dass wir immer Händekleidung tragen oder Schutzkleidung. Ja. Tschüss. 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 Hallo, ich bin Lenny. Das ist Moritz und das ist Julia. Und wir machen so eine Schlatte, was da haben wir mit dem Fahrrad. Und ja... Es macht Spaß. Ja, Moritz, ich kann mich mit dem Lenny abschließen. Es macht immer Spaß, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Ah, gut. Wo bin ich denn? Hi. Das war's. Und jetzt zeigt euch der Mauer jetzt noch ein bisschen was. Das war's. Ich kann auch was cool aus. Das war's. Von meiner Seite ist es okay. Das war's. Das war's. Das war's. Ja. Das war's. Das war's. Hallo Leute. Ich komme wieder zurück. Diesmal werde ich probieren, diese zurück zu machen. Das war's. Was? Was geht's? Ich rufe. Das war's. Ich rufe. Ich rufe. Ich rufe. Ich rufe. Ich rufe. Du bist gut. рас൜t. Ich rufe. Ich rufe. Es rufe. Ich rufe. Ich rufe. Ich habe nicht so weit gemacht, ich habe nicht mehr die Maske anzupackt. Jetzt hast du mich aber nicht. Meine Flasche ist leer. Ja, das Video hoch. Siehst du, wie wir heute haben wir probiert? Bei den Videobox vom Morgen. Der wird so trinkt mich nicht. Aber ich weiß nicht, ich habe Zeit zu spielen. Niemand kommt mit rein. Alles ist fast geschnitten. Geil. Hallo. Ich bin Alex Marik. Wir haben heute Shafi im Text gemacht mit den Fahrradrennen. Und wir werden heute auch Shafi Fahrrad fahren. Und immer fahren wir Shafi Fahrrad fahren. Und wir werden noch Shafi überall gehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Und wir haben heute schon geeft es Oktober nodig. Florian. Moran. Moran. Bes senza thanken. Hier beim puppy Trend in den Karten. Hallo Leute, willkommen wieder zurück, wir sind heute den ganzen Tag mit dem Fahrrad gefahren, ca. 100 Kilometer, das ist ja spannend, wir können fast nicht mehr. Wir werden jetzt eine kleine kleine Pause machen, hier am See. Ja, und tschüss. Hallo, ich bin Natia, ich bin Natia und wir sind ganz weit weg von sehr vielen Häusern. Und wir machen eine Pause, weil es ganz ganz weit weg war. Und wir haben sehr viele, wir haben bei den Ferien so viele Fahrrad gefahren. Ufi, ich glaube zum Beispiel zehnmal oder so fast. Und auch Sport machen, dann ist es. Tschüss. Hallo, ich bin Alex, das ist Sommer. Und wir sind heute Ufi mit dem Fahrrad gefahren. Und heute machen wir eine kleine Pause. Und wir machen immer viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Das ist die Achtung. Nummer im Essen. Nummer im Element. Hier. Was? Was? Wo ist... ... irgendwo hier... ... geil... Neue Donau... ... U-Bahn... U-4! Und... Das U-4! Das U-4... ... ist Heiligenstadt! Das U-4! Das U-4... Das U-4 ist Heiligenstadt! Das U-4... Das U-4... Ist der Heiligenstadt? Die Schaalheit ist Heiligigstadt und hier... ... sind Verdeck, wenn... ... hier! Hallo liebe Leute, ich bin Natuna Harig. Und ich habe Fahrrad gefahren, das haben wir wirklich Spaß gemacht. Und jetzt genieße ich diesen schönen Platz hier im Wasser. Zum Wasser, also zum Wasserschauen. Und ich grüße noch alle großen und kleinen, die alten und die Frauen und die Kinder und alle. Tschüss! Hallo liebe Leute, Natuna Harig. Und es ist sehr, sehr für mich ein bisschen zu genießen nach dem Fahrradfahren. Und ich grüße euch alle mit mich ab und alle Grüße. Tschüss! Ich bin wieder da. Und ich habe das noch nicht. Zu da. Abonniert mich und sagt mir die Like machen und die Glocke. Ähm, bitte. Tschüss! Musik 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 kann man vielleicht auch schwimmen. Tschüss. Tschüss. Musik 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 Wir sind hier bei den Fahrradfahren und es regnet, aber wir sind stark und wir machen immer, immer mehr Fahrradfahren. Wir stehen gerade hinter dem Fahrradfahren, weil wir wollen uns vom Wasser entschützen, aber es sieht nicht aus wie es klappt wird. Tschüss! Wenn wir wirklich können wir versuchen, dann zu tauchen, das sieht nicht aus. Das ist sicher nicht! Was? 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 Musik 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 Musik